Soll ich dir sagen, warum, weil die Tanzenkrecht ist richtig, die Achsel. Also du solltest das mit der Motorauffängung auf jeden Fall noch ändern. Sieht schon ganz gut aus. Rundfunkgebühren bezahlt, wenn der Fernseher hier mal draufkommt. Kennst doch die Geier, oder? Ja, sicher, hab ich doch oben. Ah, da soll ich eh was hier. Drauf alles? Ja, da soll ich auf. Vielen Dank.